Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute den Musical-Spielplan für die kommende Saison 2021 hier am Salzburger Landestheater präsentieren zu dürfen. Den Anfang macht ein Musical, das die meisten von uns wahrscheinlich durch die kultige Filmvorlage Michael Bulli Herbecks kennen. Aus dem wilden Westen Amerikas in den wilden Westen Österreichs. Der Schuh des Manitou feiert zuerst in München am Deutschen Theaterpremiere und kommt dann zu uns nach Salzburg. Auch wenn Klopapier derzeit Mangelware ist, so sollten sie sich doch die ein oder andere Rolle aufheben, genauso wie Spielkarten, Wasserpistolen und Luftschlangen. Denn nächste Spielzeit heißt es wieder Let's Do The Time Warp Again mit Richard O'Brien's Rocky Horror Show. Dan Goggins' Musical Nonsense gilt als Klassiker des New Yorker Off-Broadways. Für Salzburg schrieb er eine ganz eigene Fassung, die nicht anders heißen könnte als The Sound of Nonsense. Unter dem Titel All You Need Is verbirgt sich ein Liederabend mit neuen und alten Chansons sowie Musical-Klassikern, zu dem ich Sie herzlich einladen darf. Alles in allem erwartet uns eine musicalgeladene Spielzeit, auf die ich mich persönlich schon sehr freue. Bleiben Sie gesund und froh und wir sehen uns bald wieder hier im Salzburger Landestheater.